Ich bin der Connor und ich bin sauer auf meinen Dad und auf Glee und auf alle anderen Penner. Ja, wir könnten noch so viele Missionen machen, aber die können wir dann nach und nach noch alle abarbeiten. Ich will jetzt erstmal hier die Hauptmission zu Ende bringen. So. Okay. Ich hör nichts. Ton. Synchronisation und das Hohn. Alles weg. Alles weg. Lafayette versprach mir eine Flotte ohnegleichen und einen furchtlosen Käpt'n. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich. Doch Bettler haben keine Wahl. Hm? Und die Schiffe, die ich brauche? Sie gehören euch. Falls wir das überleben werden. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Okay. Eine See-Schlacht, die ist lustig, eine See-Schlacht, die ist schön. Doch am schönsten ist es noch, wenn die Briten untergehen. Alles weg, den müssen wir denn kaputt machen hier. Wo sind denn die Gegners? Wo sind die Gegners? Ein mächtiger Bock! Die Hölle ist ausgetroffen! Was schätzt du mir hin? Zu viel. Wenn jemand hier aufhalten kann, dann wir. Ich hoffe nur, der Admiral kommt schnell zurück. Feuer ist los! Oh, 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 oh. Also, guten Mellor, bereit für die Schlacht! Wie das, als könnt ihr uns begrüßen. Macht euch bereit! Feuer! Bereit machen! Männer! Macht die Kanone klar! Feuer! Bam! In your face! Halbes Segel! Ich muss wenden! So müssen wir uns ducken. Oha! Das sind ja so kleine Popelschiffe. Da kommt noch ein richtiges Schiff. Feuer! So, ihr Penner! Feuer! Feuer! Schieff! 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 Ja, ja. Wir schieffen einfach erst mal drauf, wie gesagt. Feuer! Und dann kontern wir. Feuer! 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 Hallo, ich habe mehr Tasse gedrückt. Schieff! Schieff! Noch ein Schleffer! Noch ein Schleffer! Feuer! Feuer frei! Achtung! So, Moment. Feuer! Bäm! Feuer! Ich würde gern entern. Na also, die haben wir platt gemacht. Wir, die Jungs, aber wir sind auch schon, äh... Wir sehen auch schon ganz schön kaputt aus. Yeah! Achso, das sind ja die Gegner. Scheiße! Was ist denn jetzt los? Tschu, 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 tschu! Na gut, wir... Wir starten nicht irgendwie gerade mit so guter Energie in die nächste Schlacht hier. Oh, da müssen wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen was reißen jetzt, Freunde! Nicht auseinander! Ein Schiff-Fähiger! Vorsicht! Jetzt geht's für Sache, Jungs! Feuer! Schieß! Bereit zum Feuern! So, Moment. Was ist denn jetzt los? Meine Sektion ist zerstört! Halbes Segel! Halbes Segel! So! Feuer! Noch nicht! Und Feuer! Macht die Bastarde platt! Err, 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 err! So. Feuer! Auf weite Schieße! Kursrass passen! Ja, 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 immer mit der Ruhe! Wo wir brennen schon ein bisschen. Warte, 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 und jetzt! Feuer! Das hat gesessen! Natürlich hat er es gesessen! Bereit zum Feuern! Bereit zum Feuern! Bereit zum Feuern! Müssen wieder in den Wind! Jawoll! Oh, runter! Steckung! So. Eine wilde Verfolgungsjagd hier. Wow! Viel Vertrauen in den Wind! Auf weite Schieße! Scheiße! Wir sind jetzt bereit zum Feuern! Schieße! Wir fändieren! Schieße! Feuer! Feuer frei! Triggatten! Mehrere! Boah! Jetzt wird aber ganz schön haarig jetzt. Feuer! Breitseite abgeben! Wie schmeckt euch das? Drehwasser Feuer! Schieß! Ja! Feuer! Das hat gesessen! Rein zum Feuern! Schieß! Nachladen! Bereit zum Feuern! Feuer! Scheiße, ich muss den Kreis treffen da vorne. Achtung! So, komm! Drehwasser Feuer! Runter! Runter! Oh-oh! Kollisionskurs! Yes! Jawoll! Bereit zum Feuer! Der Windkraft und Langlauf! Ein neuer Fuß! Schieß! Feuer! Feuer! In Deckung! Ganz schön haarige Angelegenheit hier, Freunde. Ich kann gar nicht so viel reden, weil das hier so Action-reich ist gerade. Schieß! 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 Feuer! Oh, runter, 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 runter! Eieieieiei! Boah, das haben wir zum Glück abgefangen bekommen von dem... Feuer, komm! Feuer! 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 Ach, scheiße! Scheiße! Jaaa! Geile Scheiße! Hohoho! Das geht ganz schön ab hier! Wahnsinn! Was für eine Seeschlacht! Boah, ist nochmal alles von vorne, oder was? Krasse Scheiße! Schießt! Kettengeschosseladen! Weniger Segel! Weniger Segel! So! Bereit zum Feuern! Feuer! Ich, äh... Denkmal, Fleisch machen Gini... Abfriesen! Jaaa! Bereit machen Jungs! Die Segel doch auch gegen den Wind! So... Moment... Feuer frei! Ah, die gehen ja alle ins Nichts! Auf mein Gleiches! Schieß! Kein Segel! Kein Segel! Kein Segel! Halbes Segel, aber schnell! Bereit machen Jungs! Drehwaffe Feuer! Jaaa! So! Ganz schön krass, ey! Das ist nicht einfach, freuen wir! Das redet ich auch grad nicht so viel! Boah, jetzt kommt die auch noch! Hallo! Jaaa! Jaaa! Breitseite abgeben! Hartsegeln! 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 Verdammt! Vollkugeln laden! Drehwaffe Feuer! Boah, das ist ganz schön hart! Sind Feuer bereit! Halbes Segel! Weck so schnell! Halbes Segel! Bereit! Na los, na los, na los!